Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, ihr seht es wieder im Bunker und ihr konntet es wahrscheinlich schon im Titel lesen, es ist neues Equipment angekommen, hier richtig geil neue Gewichte sind am Start, die hatte ich schon davor, das sind 4 25er Scheiben, also insgesamt 100 Kilo nur damit kann man halt nicht viel anfangen, wenn man alleine die hat, weil man nur 50er Sprünge machen kann also ich habe eine ganz normale Hand, die wie 20, dann kann man zwei Scheiben draufbacken, das sind dann 70 Kilo und nochmal soll ich schauen, Scheiben sind nur 20 Kilo, ich habe natürlich nicht optimal jetzt habe ich das Ganze erweitert, hier mit 4 10er Scheiben, 2 5 10er, hier noch 4 5er Scheiben 2,25 Kilo Scheiben und 4 1,25 Kilo Scheiben, richtig geil und jetzt kann ich vor allem richtig geil mein Power Rack benutzen, denn das konnte ich davor eben nicht richtig nutzen weil meine kleinen Langhandel habe ich auch schon in einem Video davor erwähnt, einfach nicht in das Power Rack reinpasst und die große Stange konnte ich jetzt halt nicht richtig nutzen und darum freue ich mich jetzt umso mehr die Stange richtig nutzen zu können und somit auch das Power Rack heute steht Brust, Rücken an, ich trainiere zusammen mit meiner Schwester hier im Bunker und das wird glaube ich ein richtig geiles Training aufgewärmt sind wir schon, wir fangen an mit Bankdrücken Booster habe ich auch schon genommen, richtig geil, also steht einen guten Trainings im Wege ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video und ich würde sagen, let's go auf den Rest und auf den Rest Oh-oh-oh-oh-oh-oh Why we always looking for more? Oh-oh-oh-oh-oh-oh Why we always looking for more? Die Brustübungen werden durch, war richtig heftig und richtig geil. Einfach jetzt hier im Homegym mit einer geilen Langhantelbankdrücken zu machen. Einfach ein unbeschreibliches Gefühl, richtig geil. Jetzt geht es weiter mit Rücken, hier mit Langhantelrudern. Video verlinke ich euch hier gerade auch. Habe ich schon ein Video geladen zur Ausführung, gönnt es euch gerne. Und ja, wie gesagt, jetzt geht es weiter mit Rücken, richtig geil. Es geht schon eine Stunde 40's Rennen, also schon richtig lang, aber trotzdem, es geht weiter. Let's go. Rücken 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 Das war's für heute. Fertig jetzt mit dem Training, ich sag's euch, das war so eine krass intensive und auch lange Einheit, richtig, richtig brutal, es war jetzt die zweite Einheit nach meiner langen Pause, ich kann gar nicht mehr richtig reden, wahrscheinlich immer so, es kam ja jetzt auch keine Videos, denn ich war eine Woche auf Klassenfahrt, ich hatte eine Impfung, war davon ein bisschen ausgenockt, dann nach der Klassenfahrt kam direkt die zweite Impfung, da muss ich dann schon wieder Trainingspause machen und somit habe ich eben sehr viel Trainingspause in letzter Zeit gemacht und deswegen kam auch jetzt, ich weiß nicht, zwei oder drei Wochen, keine Videos, aber ja, ich versuche jetzt wieder Regelmäßigkeit reinzubringen, genau, ich hoffe, euch hat dieses kleine Trainingsvideo, war jetzt auch nicht wirklich was Informatives zum Lernen dabei, sondern einfach, just for fun, pumpen, einfach richtig, ich hoffe, euch hat's gefallen, lasst gerne ein Like da, wie gesagt, falls es euch gefallen hat, Abo as always und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, schreibt gerne auch in die Kommentare nach wie vor, was für Videos ihr euch wünscht, ich rede nicht mehr lang, ich muss jetzt essen, ich habe trainiert schon drei Stunden, ich habe das letzte Mal vor sechs Stunden gegessen, hat sich jetzt alles richtig in Länge gezogen, aber egal, euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das seht und bis zum nächsten Mal, ciao!